Die Analyse riesiger Datenmengen und die Entwicklung statistischer Modelle wird für den Erfolg von Finanzstrategien immer wichtiger. Die Nutzung der Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz kann viele Finanzanwendungen verbessern. Die Verbesserungspotenziale reichen von der Implementierung kostensparender Lösungen bis hin zur Entwicklung eines großen Wettbewerbsvorteils. Machine Learning ist ein Zweig der künstlichen Intelligenz, der dabei helfen kann, Assets zu verwalten, Risiken zu bewerten und genaue Vorhersagen zu treffen. Machine Learning Systeme sind Algorithmen, die aus Daten lernen, Muster erkennen und Entscheidungen mit minimalem oder ohne menschlichem Eingreifen treffen können. Algorithmen für maschinelles Lernen werden bereits von vielen Unternehmen eingesetzt, zum Beispiel in der Betrugsprävention, im Risikomanagement, im Vermögens- und Anlagenmanagement, im Underwriting, im Kundenservice oder im Trading. Fintech-Unternehmen setzen maschinelles Lernen schnell ein und implementieren es in ihren Betrieb. Trader nutzen maschinelles Lernen, um Trades zu tätigen und Marktprognosen zu verbessern. Durch die Entwicklung von Algorithmen und das Setzen von Anweisungen für bestimmte Parameter können Trades ohne viel manuelle Eingabe erfolgen. Dies ermöglicht schnellere Handelsentscheidungen und weniger emotional beeinflusste Entscheidungen. Algorithmisches Trading führt zu einem verbesserten Portfolio-Management. Viele RoboAdvisor verwenden maschinelle Lernprogramme, um automatisch die besten Investitionsoptionen für ihre Benutzer zu ermitteln. Benutzer geben ihre Ziele, Risikotoleranz und andere Parameter ein. Das Programm richtet Trades ein, die optimiert sind, um die Ziele des Benutzers zu erreichen. Diese Automatisierung führt zu einem günstigeren und diversifizierteren Portfolio-Management. Machine Learning ermöglicht es Finanzinstituten auch, Betrug zu überwachen. Betrugserkennungssysteme basieren auf Machine Learning, um Millionen von Datenpunkten zu durchsuchen und um betrügerische Aktivitäten zu erkennen. Es kann Transaktionen vergleichen und sogar eine Transaktion ablehnen, wenn es verdächtige Aktivitäten feststellt. Die Anwendungen für maschinelles Lernen können enorme Auswirkungen auf die Finanzierung haben.